Herzlich Willkommen zum Basis-Rolldown. Hier kommt das Announcement für Spieltag Nummer 1. Spieltag Nummer 1 besteht aus 2 Workouts. 21 Punkt 1 und 21 Punkt 2. 21 Punkt 1 ist, for time, row, 500 meters. Timetap hierfür, 3 Minuten. Sobald ihr damit fertig seid, startet ihr mit 21 Punkt 2. 21 Punkt 2 ist, for much weight. Der Lift plus Henki. 3 Derbis und 3 Hangjeans. Timetap hierfür, 7 Minuten. Die Zeit startet, sobald ihr mit dem 500 Meter Rudern fertig seid. Ich gebe mich jetzt umziehen, dann zeige ich euch, wie die Standards sind.